Die gesamte Beauty-Community redet gerade über diese Foundation und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht doch gar nicht so schlecht sein könnte, wie ich vielleicht angenommen habe. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Runde Hype oder... Hops, große Katastrophe mit Haar? Ich weiß es noch nicht. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn ihr habt es mit Sicherheit schon überall auf Social Media gesehen. Denn TikTok, es gibt nichts anderes mehr auf TikTok, außer Charlotte Tilbury ist eine Hexe oder die Superstay Powder Foundation von Maybelline, die jetzt gerade neu dazu gekommen ist. Und ich dachte mir, okay, mit Hexen kenne ich mich nicht aus, mit Foundations kenne ich mich aber mittlerweile sehr, sehr gut aus und wir werden das Ganze heute probieren. Denn ihr wisst es, ich bin üblicherweise nicht der größte Fan von Powder Foundations. Und umso dringender wollte ich das Ganze aber testen, weil ich von vielen gehört habe oder auch bei vielen gesehen habe, dass die Superstay 24 Stunden Hybrid Powder Foundation von Maybelline besser sein soll als alle anderen Powder Foundations. Und das werden wir heute herauskriegen. Ich nehme euch den ganzen Tag mit. Es ist 7.15 Uhr. Wir haben den ganzen Tag vor uns. Und ich würde vorschlagen, wir hüpfen direkt ins Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche und werdet ein wunderschönes Wochenende erleben. Falls nicht, die nächste Woche wird mit Sicherheit besser, ihr süßen Mäuse. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich liebe Foundations und ich habe mittlerweile echt so eine 360-Grad-Wendung gemacht. Ich liebe... Ne, 360 Grad ist ja Quatsch. Dann bin ich ja wieder da, wo ich vorher war. 180 Grad. Ich habe mich einfach verändert. Ich bin jetzt so ein großer Fan von Skin Tints, von leichten Foundations, von etwas, was auf der Haut kaum zu sehen ist. Und jetzt kommt Maybelline ums Eck mit dem Schätzchen hier. Das ist eine Full Coverage Powder Foundation, die angeblich einen matten Look beizaubern soll, die Textur weichzeichnen soll und ein weightless Feeling auf die Haut bringen darf. Das sind alles Claims, die üblicherweise nicht so mein Vibe sind. Aber ich werde herausfinden, ob ich sie mit meinen Ansprüchen für meine Haut benutzen kann. Und ihr kennt es. Ich teste für euch Drogerie-Foundations und Drogerie-Make-up, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich funktionieren. Und deswegen schauen wir mal, was die ganzen TikTok-Hypes gerade so können. Das ist die neue Foundation. Die kommt in verschiedenen Farben. Ich blende euch ja immer die Farbreihe ein. Im DM habe ich jetzt gerade nur drei Farben gesehen. Ich habe mich jetzt für die dunkelste 40 entschieden. Sie könnte ein bisschen dunkel sein. Ich möchte aber was damit probieren. Ansonsten, online gibt es auf jeden Fall noch viel, viel hellere und viel, viel dunklere Farben. Und bei Powder Foundations finde ich, es ist so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass man mit Powder Foundations eigentlich andere Dinge machen sollte, als wie viele das gerade machen. Viele benutzen die wirklich so komplett als Foundation. Wir probieren verschiedene Möglichkeiten aus. Also macht euch da keine Sorgen. Das Ganze kostet ungefähr 13 Euro. Und ihr habt einen Spiegel und ein Schwämmchen mit dabei. Ihr wisst es, ich bin großer Fan im Moment von der neuen Catrice Powder Foundation, weil ich diese sehr gerne als zusätzliches Produkt nehme, um meinen Skin-Tint zu fixieren. Um noch ein bisschen mehr Deckkraft zu haben und um ein bisschen mehr, ja, Ebenmäßigkeit hinzukriegen. In dem Moment, wo ich das Ganze sete, bei der Catrice Foundation zumindest, sieht das nicht mehr pudrig aus. Und deswegen fokussieren wir uns heute auch so ein bisschen auf die Hautpflege vorher und ein bisschen auf die Vorbereitung. Denn damit könnte das vielleicht ganz gut klappen. Ich bin ja motiviert, dass es klappt. Ihr kennt mich. Ich möchte nicht, dass Produkte floppen. Und wenn sie floppen, dann sind sie für mich wirklich nicht funktional. Aber ich probiere und ich gebe immer mein Bestes, dass ich, falls ihr das Produkt vielleicht schon habt und ihr enttäuscht seid davon, ihr euch nochmal dieses Video anschauen könnt und schauen könnt, okay, hey, er hat das so und so gemacht. Vielleicht kriege ich es da mit hin. Deswegen würde ich vorschlagen, let's go. Wir werden einmal mit einem Schwamm arbeiten, mit einem Pinsel und mit einem Microfiber Multitool Mini. Und deswegen bin ich ganz aufgeregt. Wir starten erstmal mit der Hautpflege. Mir ist es immer wichtig, dass wenn ich eine Powder Foundation benutze, die Haut wirklich makellos ist. Also ich habe gestern Abend ein Peeling extra gemacht. Ein chemisches Peeling ist mal ein gutes Mal, fast jeden dritten Tag. Aber ich habe gestern Abend ein Peeling gemacht. Ich habe jetzt schon ein bisschen Pflege drauf. Will jetzt aber noch eine Schicht Pflege rübergeben. Und nehme jetzt hier von Balea die Beauty Expert Tagescreme mit Peptiden und Ectoin. Die ist sehr, sehr reichhaltig und ist eine gute Alternative. Wenn es ein bisschen günstiger sein darf, wird ihr einfach sehr, sehr schön die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich tupfe die richtig schön ein und lasse der Haut auch ein paar Minuten Zeit, dass sie das Produkt aufnehmen kann. Optional gehe ich auch noch mit einem Spray rüber. Das ist hier von Glow Recipe, das Watermelon Spray. Ihr seht, das ist fast leer. Aber das gebe ich mir reichlich ins Gesicht. Je mehr Feuchtigkeit ihr benutzt, desto voller wird die Haut, desto praller wird die oberste Hautschicht natürlich auch. Und eine Puder Foundation sieht nicht so crusty aus. Das ist immer meine Angst, dass matte Foundations, Puder Foundations auf der Haut wirklich wie so eine Maske aussehen. Ich habe ein Video von Michaela gesehen. Das sah schon krass aus. Aber wenn man das im Vergleich sieht, das ist nicht mehr natürlich, sondern das ist einfach full, 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 full Coverage. Was wir jetzt machen, ist Spot Concealing und Concealer auftragen. Denn über die Puder Foundation, das geben wir keine cremigen Produkte mehr. Und dafür hole ich euch noch ein bisschen näher ran. Ihr seht, ich habe so ein paar kleine Unreinheiten. Das Ding hier ist tatsache kein Pickel, sondern das ist wie so ein kleines Blutschwämmchen. Ich habe das jetzt schon echt eine Weile und es geht nicht weg. Ihr habt gesagt, ich soll unbedingt zum Hautarzt gehen. Sollte ich vielleicht wirklich mal machen. Nicht nur deswegen, sondern ich habe ja auch ganz, ganz schlimm. Ich glaube, ich habe Schuppenflechte bekommen und das ist nicht so schön. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel und korrigiere schon mal ganz, ganz leicht die Unebenheiten. Hier beispielsweise einfach, dass wir weniger Puder brauchen und ein bisschen ebenmäßiger auftragen können. Ich tupfe mir das hier richtig schön ein und gehe da mit dem Pinsel rein. Was man sehr, sehr gut machen kann mit einer Powder Foundation ist, wie gesagt, einfach schon über eine andere Foundation gehen, um den Skin Tint so ein bisschen zu erhöhen oder die Deckkraft so ein bisschen zu erhöhen und die Haltbarkeit natürlich auch zu erhöhen. Ich nehme jetzt auch ein bisschen Concealer. Das ist jetzt hier dieses Charlotte Tilbury apropos. Das auch. Müssen wir ganz kurz drüber reden, während ich hier den Concealer einarbeite. Gerade geht es so ein bisschen rum, dass Charlotte Tilbury angeblich eine Hexe ist, weil sie hier halt ein Pentagramm drin hat. Aber guess what? Das ist vielleicht einfach nur ein Stern. Also schon mal daran gedacht. Da bin ich im Moment. Aber das vielen Dank auch für den Zuspruch aus einem meiner letzten Videos. Da habt ihr ja viel Zuspruch gegeben, dass es euch im Moment ähnlich geht. Dass ihr so ein bisschen euch angegriffen fühlt von der Welt. Same. Und dass halt alles irgendwie so ein bisschen auf die Goldwaage gelegt wird gerade. Und wenn ich jetzt höre, Charlotte Tilbury ist eine Hexe. Come on. Vielleicht ist sie auch einfach nur eine tolle Frau, die tolle Make-Up-Produkte rausmacht. Und da ist keine Zauberei drin. Aber nun gut. Das ist halt das Internet heutzutage. Ihr seht, dass ich sehe ein bisschen aus wie eine Waschbär, nur invertiert. Einmal andersrum. Und gebe mir jetzt wirklich so ein bisschen hier lang. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen mehr Conceal. Nehmen wir das jetzt mal so. Ich klopfe mir das ein bisschen ein und lasse das auch kurz auf der Haut. Und wir probieren es jetzt einfach aus. Ich starte tatsache mal mit einem Foundation Brush. Ich habe hier einen von Crash Cosmetics. Der ist phänomenal gut. Der ist sehr, sehr fest gebunden. Ist so ein bisschen abgerundet. Und dadurch kann man sehr, sehr gut arbeiten. Ich nehme ein bisschen was mit dem Pinsel auf. Ich drehe mich ein bisschen zur Seite, dass ihr es besser sehen könnt. Und das ist nicht meine Farbe. Vielleicht doch. Also vielleicht war die 40 vielleicht doch nicht so die richtige Farbauswahl. Wobei ich finde, dass es in der Kamera gerade ein bisschen dunkler aussieht als in echt. Ich mache jetzt mal ein bisschen weiter. Also ihr seht schon, Deckkraft ist da. Und ich habe natürlich die Haut auch gut mit Creme versorgt. Was auch ganz, 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 ganz wichtig ist, wenn ihr eine Powder Foundation benutzt, dass ihr die Creme wirklich im Moment einziehen lasst. Weil sonst kann es sein, dass das Ganze ein bisschen fleckig wird. Aber. Ja. Also es hat schon ein bisschen. Nee. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, dass es richtig komisch aussieht. Ich muss mal ganz nah schauen. Wenn ich euch einmal ganz nah hole, dann seht ihr, dass es schon echt gut gecovert hat. So krass finde ich die Deckkraft jetzt nicht. Ich habe es mir krasser vorgestellt. Es ist natürlich definitiv die falsche Farbe, aber es sieht nicht so trocken aus, wie gedacht. Völlig im Vergleich, ne. Hier ist es so ein bisschen eben. Ich bleib mal hier. So. Jetzt seht ihr das ganz gut. Ach nee, ich wollte einen Schwamm benutzen. Ich nehme mal einen Schwamm. Gehe hier rein. Der ist noch ein bisschen nass. Schon krass. Also sie ist natürlich eine Nuance zu dunkler. Ich hätte sie ein bisschen heller nehmen müssen. Aber das geht schon. Also das würde man hinkriegen. Hier ist noch diese Unebenheit. Da gehe ich nochmal rüber. Also sie ist definitiv nicht richtig. Aber wir machen mal weiter. Wir tragen uns das Ganze jetzt mit dem Pinsel auf. Ich finde mit dem Pinsel ist es ein bisschen einfacher als mit dem Schwamm. Und man hat auch so ein bisschen mehr Kontrolle, das richtig einzuarbeiten. Ich gebe mir auch Mühe, dass ich überall wirklich ebenmäßig Produkt verteile. Einfach, dass es nicht so unordentlich aussieht. Okay, es ist doch schon ein bisschen unverlämper. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Powder Foundations gerne mal uneben werden, weil man natürlich nicht gleichmäßig das Produkt verteilen kann. Deswegen würde ich tatsächlich eher dazu tendieren, das Produkt über eine cremige Foundation rüber zu geben, um sie so ein bisschen zu fixieren, um ein bisschen mehr Deckkraft zu haben. Natürlich dann aber nochmal in der richtigen Farbe. Ich zeige euch aber gleich, wie wir das farblich so ein bisschen hinkriegen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Powder Foundations oder cremige Foundations? Denn ich glaube, das spaltet die Nation so ein bisschen. Man kann mit Powder Foundations gerade im Sommer, finde ich, sehr gut arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass die auch zum Sommer geplant war oder jetzt dann halt für den kommenden Sommer, weil das hält halt schon sehr matt. Ich finde aber, dass es gar nicht so crusty aussieht, wie ich gedacht habe. Wir probieren, das Ganze jetzt mal ein bisschen aufzuhellen. Dafür benutze ich so eine Brightling Palette. Die ist von Jaclyn Cosmetics. Und damit gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen hier an die Stellen, die ich aufgehellt haben möchte. Unter den Augen, hier außen so ein bisschen. Und ihr seht sofort, dass es dann farblich gleich ein bisschen besser passt. Das macht nichts mit der Formulierung, sondern das ist wirklich nur, es hält im Prinzip ein großer Lidschatten. Aber ihr seht sofort, was passiert. Es wird heller, es wird freundlicher und es passt wesentlich, wesentlich besser. Auch hier, schaut euch das an. Das ist alles gleich geblieben, nur es passt farblich einfach phänomenal gut. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ihr könntet aber auch im Prinzip dieses Banana Bright, habe ich das sogar hier? Ne, habe ich tatsache gar nicht hier gerade. Das Banana Brightening Powder von Essence benutzen. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Hier habt ihr halt nur vier verschiedene Farben. Ich nehme meistens so ein bisschen den rosanen Anteil, die hier unten ein bisschen lang, blend das hier ganz leicht aus. Weil ich muss ja natürlich jetzt auch nicht mehr baken, ich muss nicht mehr setten. Ich muss ja auch nichts mehr machen. Ich bin eigentlich fertig. Das ist natürlich jetzt sehr einheitlich. Ich habe jetzt natürlich mit diesem Highlighting ein bisschen mehr Dimensionen wieder reinbekommen. Ich zeige euch aber, wie ihr diese Powder Foundations oder generell zu matte Looks wieder ein bisschen frischer kriegen könnt. Mit Highlighting und Blushing. Ich habe hier einen Blushpensel. Da ist noch ein bisschen was dran. Den habe ich als letztes für den Catrice Oil Infused Marvel Blush benutzt. Und damit gehe ich jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig, wirklich komplett über meine Stirn. Denn ein bisschen Wärme ist noch drin und ein bisschen Schimmer ist noch drin. Damit kann ich alles so ein bisschen aufwärmen, ohne extra Blushfarbe reinzukriegen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wie Color Correction, nur andersrum. Ich habe mir auch bei ELF vor drei Wochen schon, aber irgendwie ist da irgendwas nicht durchgegangen, diese Color Corrector bestellt, womit man auch die Foundations ein bisschen anpassen kann. Und das probiere ich im Nachgang immer zu machen. Ich nehme jetzt einfach den Rest und gehe hier mal so ein bisschen über alles rüber. Und dann können wir noch ein bisschen punktueller mit dem Blush arbeiten. Und die Haut wieder so ein bisschen frischer machen. Highlighter benutze ich hier von Catrice, die Holiday Skin Palette und ein Pinsel von Laetitia. Ich werde so oft gefragt, welche Pinsel ich benutze, Freunde. Das sind entweder meine eigenen oder die von Laetitia. Und wenn ich das nicht dazu sage, dann ist es eigentlich Crash Cosmetics oder hier Make-up bei Ariel. Was anderes habe ich tatsache auch nicht mehr. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Bin ich überrascht. Bin ich ehrlich mit euch, bin ich überrascht. Ich blende hier noch so ein bisschen den Bronzer aus. Ich habe jetzt keinen Bronzer benutzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das ist ein totaler Reinfall. Aber das Schöne bei diesem Produkt jetzt ist, glaube ich, dass das nicht so trocken ist. Also wenn du schon mit dem Finger reingehst, merkst du, das ist nicht zu trocken. Aber der Farbunterschied ist natürlich gravierend. Die oxidiert ein Stück. Also geht definitiv mit einer helleren Nuance in euer Make-up rein. Oder kauft euch eine helleren Nuance, falls ihr euch interessiert. Weil bei Paula Foundations bin ich immer ein bisschen skeptisch. Die oxidieren, sobald Feuchtigkeiten drankommen. Und verändern die die Farbe. Ich nehme den Rest, gehe hier noch so ein bisschen an den Hals lang. Ich muss nämlich gleich ein Cover shooten. Und da möchte ich nicht aussehen wie ein Umpa-Lumpa. First Impression, gar nicht schlecht. Wir fixieren das Ganze jetzt. Und ich benutze hier eigentlich wie immer mein Art Decro 3 in 1 Make-up Fixing Spray. Okay, das gibt ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Aber ich hole euch vorher nochmal nach ran. Also an einigen Stellen sieht man schon, dass es ein bisschen uneben ist. Es kann aber auch einfach wirklich an mir gelegen haben, dass ich die Creme vielleicht nicht eindeutig einziehen lassen habe. Unter den Augen finde ich es gar nicht schlecht. Es ist natürlich jetzt ein bisschen creasy, weil ich nicht gebakt habe. Aber mein Gott, ich bin halt ein Mensch. Also da dürfen auch ein paar Fältchen unter den Augen sein. Stirn gefällt mir sehr gut. So ein bisschen Bewegung ist drin. Und ich finde auch diese Technik mit dem Brightening gar nicht so schlecht. Weil ich dadurch weniger neues Produkt benutzt habe. Weniger Concealer, weniger Foundation. Und die Haut trotzdem, und das ist glaube ich das Geheimnis, etwas natürlicher aussieht als sonst. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, das wäre was für meine Mama. Die benutzt nämlich immer eine Powder Foundation. Schau mal, das hat doch schon ein Stückchen oxidiert hier. Die macht ihren Schwamm wirklich immer nass und benutzt das Produkt dann auch nass und tat dann wie so eine pudrige, cremige Foundation. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt gesettet sieht das Ganze natürlich aber nochmal viel, viel krasser aus. Wir können natürlich auch nochmal punktuell einfach so ein bisschen hier rüber gehen und das Ganze alles so ein bisschen einarbeiten. Das macht das wieder ein bisschen ebenmäßiger und diese Puderpartikel ein bisschen glatter. Ich erkläre das glaube ich zu selten. Make-up ist auch so ein bisschen Physik leider. Ich habe in Physik nicht so gut aufgepasst, aber das habe ich mitbekommen. Puderpartikel sind nicht eine glatte Fläche. Glatte Flächen reflektieren Licht besser, es sieht frischer aus. Puderpartikel sind sehr, sehr verzahnt und liegen nicht gleichmäßig auf der Haut. Sie diffusen das Licht zwar, aber reflektieren es nicht so gut und dadurch sieht das manchmal ein bisschen unebenmäßig aus. Vor allen Dingen in der Kamera ist das wichtig. Im Alltag würde ich sagen, nehmt unbedingt ein Setting Spray, sobald ihr Puder benutzt, weil ihr dadurch einfach dieses, schaut mal wie, die Foundation sieht ganz anders aus und sie sieht viel, viel freundlicher aus und nicht so trocken und nicht so abgekaspert. Und im Laufe des Tages setzt sich das Setting Spray jetzt natürlich auch gleich. Das braucht einen Moment länger, aber das macht nichts außer, dass es einfach so ein bisschen refreshed. Wir starten jetzt in den Tag, es ist mittlerweile 7.37 Uhr und dann schauen wir uns das Ganze später mal an. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil ich damit ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, die meisten Videos, die ich gesehen habe, waren gesponsert. Guess what? Dieses ist es nicht. Mittlerweile sind einige Stunden vergangen und ich habe eine Meinung, die mich tatsache selbst sehr schockiert. Erstmal seht ihr, das Ganze hat wirklich gut gehalten. Also auf der Haut hat das gut fixiert. Es ist nicht ungleichmäßig fleckig geworden. Es ist nicht ungleichmäßig vom Gesicht verschwunden. Es sieht alles noch sehr frisch aus. Was mir aber auffällt und das finde ich ganz spannend, ist erstmal der Concealer mit dem Puder ist vielleicht nicht die beste Option gewesen. Aber ich will von den Augen weg, weil meine Augen sind im Moment ein schwieriges Thema, weil ich eine Retinolkur an den Augen mache und da funktioniert gerade eh generell nichts. Wenn ihr euch jetzt aber mal meine Base anschaut, vor allen Dingen hier in dem Nasenbereich und in der Stirn, ist das sehr glowy geworden. Und das finde ich recht spannend, weil ich eigentlich erwartet habe, dass die Foundation den ganzen Tag richtig trocken aussieht. Und sie sieht aber auf der Haut jetzt nicht mehr aus wie eine Puder Foundation. Es kommt natürlich mit dem Setting Spray zusammen. Also klar, das Setting Spray bearbeitet das Produkt und gibt ihm Feuchtigkeit und dadurch sieht das Ganze nicht so trocken aus. Und auch durch die Pflege sieht das Ganze nicht so trocken aus. Ich glaube aber, und das finde ich sehr, sehr gut, dass das nicht nur ein Produkt ist für sehr ölige Haut. Ich werde oft gefragt, kannst du mir was empfehlen für sehr ölige Haut? Kann ich nicht so wirklich, weil ich selten Produkte benutze für ölige Haut. Das wird aber funktionieren, wenn ihr weniger Pflege benutzt und weniger Setting Spray oder gar kein Setting Spray, vielleicht auch nur ein Wasserspray benutzt. In Kombination mit Pflege und in Kombination mit dem Spray sieht das Ganze aus, als hätte ich eine reguläre Foundation getragen. Farblich hat sich das Ganze jetzt auch ganz gut verhalten. Es ist, wie gesagt, ein bisschen dunkel. Es oxidiert auch ein kleines Stück, also lasst euch das gesagt sein. Nehmt lieber eine Nuance heller, als ihr eigentlich bräuchtet vermutlich, weil ihr dadurch ein bisschen mehr mit Bronzer arbeiten könnt und das Ganze dann ebenmäßiger aussieht und nicht mit einem Brightener arbeiten müsst. Overall bin ich aber wirklich zufrieden. Also der Preis, ne, es ist halt Maybelline, es ist alles ein bisschen teurer geworden, auch im Make-Up-Bereich. Aber ich glaube, dass ich sie definitiv weiter benutzen werde. Ich werde sie mir nochmal in einer richtigen Farbe holen, weil ich glaube, dass das eine gute Sache ist, um das Make-Up über den Tag verteilt so ein bisschen aufzufrischen. Das mache ich ja oft. Ich habe ja beispielsweise hier das Lasting Perfection von Manhattan. Das ist auch so ein 2 in 1 Make-Up in a Powder, All Day Wear, Transferproof. Das ist wesentlich heller. Ja, und ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss, wie ich damit dann arbeite. Wenn das Make-Up jetzt so wie jetzt hier schon 5, 6 Stunden drauf ist, nehme ich den Foundation Brush, gehe ganz leicht rein und kann dann punktuell einfach nochmal rüber gehen. Und das Ganze sieht dann aus, als wäre es frisch. Und das funktioniert bei Powder-Foundations besser, als bei flüssigen Foundations. Das ist ganz klar. Ich habe ja da keine cremigen Produkte genommen und bin dann mit Puder rüber gegangen, sondern ich bleibe bei der Textur. Und ihr seht, dass das Make-Up sieht, es sieht aus, als hätte ich es gerade aufgetragen. Und das funktioniert halt nur mit Powder-Foundations, meiner Meinung nach. Ihr habt einen langen Tag hinter euch und ihr wollt abends nochmal weggehen, nehmt ihr euch den Pinsel, geht nochmal ein bisschen hier rüber, eventuell noch ein bisschen Setting-Spray, ein bisschen Blush und ihr seid good to go. Also von mir definitiv eine Empfehlung und das finde ich wirklich überraschend, weil meistens sind diese gesponserten... Also Make-Up-Hypes funktionieren heute ein bisschen anders, als vor 3 Jahren noch. Durch TikTok geht das alles sehr, sehr viel schneller und ist sehr viel einfacher zu steuern durch bezahlte Anzeigen. Und das sieht man an den Aufrufen zum Beispiel von Michael. Ich glaube, ihr Video hat mittlerweile 20 Millionen Aufrufe oder so. Und da steht dann auch Anzeige mit drunter. Es ist dann auch ein gepushtes Video, damit es mehr Leute sehen und dadurch entsteht dann auch so ein Hype. Aber hier muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich weiter benutzen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Produkt sagt. Vielleicht habt ihr es ja schon getestet. Dann schreibt mir gerne eure Meinung und eure Erfahrung in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf! Passt auf euch auf! Passt auf euch auf! Vielen Dank.